Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Data Life 2. Weiter geht's mit der Leifang. Schauen wie wir uns mit ihr schlagen. Ja gut. Wow. Wird der Bein weggestoßen, ey. Wird der Bein. Wird der Bein. Wird der Bein. Wird der Bein. Kennen wir ja schon. So, Tango. Weiteres Mal. Weiteres Mal. Weiteres Mal. so so damit haben wir Leifang geschafft dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, bis gleich